Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet und heute wollen wir uns mal ein kleines Turnier angucken, aber wir wollen das nicht spielen, sondern ich werde nur meine Taktik verraten und dann könnt ihr das selber gerne ausprobieren oder noch verfeinern oder eure eigene weiterverwenden. Ich habe gesagt, ich mache so eine kleine Serie, so einen kleinen Guide. Das heißt, ich sage einfach, wie ich angel in den Turnieren und dann könnt ihr das machen oder auch lassen. Das heißt, ich verrate euch jetzt meine super geheimen Tricks, die man überhaupt nicht alleine herausfinden kann und die auch mega geheim sind, die wahrscheinlich keiner kennt. Die absoluten Top-Köder, ja, die werdet ihr jetzt hier alle gezeigt bekommen. So, und wir sind in North Carolina und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil hier der Maifisch zu fangen ist. Den habe ich, glaube ich, noch nichtmals im Video tatsächlich gemacht, explizit. Und jetzt habe ich mir gedacht, fangen wir einfach mit dem Turnier an, weil ich den halt noch nicht habe und zum anderen, weil das Turnier um 16 Uhr startet. Also deutsche Zeit relativ gut. Die ersten kommen von der Arbeit. Ist halt ein bisschen blöd, dass man sich von der Arbeit aus nicht registrieren kann, weil man, wenn man bis 16 Uhr arbeiten muss, das Turnier gibt bis 18 Uhr. Man hätte vielleicht noch Zeit. Dann tut nichts als, aber man kann sich halt nicht anmelden. Ich habe den Entwicklern schon geschrieben, dass sie das doch vielleicht mal einrichten sollten, dass man sich irgendwie anders registrieren kann als über In-Game-Anmeldungen, damit man sowas noch schafft. Aber, keine Ahnung, vielleicht kommt es, vielleicht nicht. Wir werden es sehen. Es geht auf jeden Fall erstmal ums Turnier. Das gucken wir uns erstmal an. Wo haben wir es denn hier? Breaking Information an. Also, es geht darum, tatsächlich hier in North Carolina, 16 Uhr ist Registrierungszeitraum. Ah ne, 14 bis 16 Uhr, genau. Und 16 bis 18 Uhr der Wettkampfzeit halt. Und 30 Minuten stehen uns zur Verfügung, ein Maifisch zu fangen. Der Maifisch muss tatsächlich so nah wie möglich an 600 Gramm liegen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das auch das kleinste ist, was bei Maifischen möglich ist. Ich habe noch nie einen darunter gefangen. Ehrlich gesagt. Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr schon mal einen darunter gefangen habt. Aber ich habe noch nie einen darunter gefangen. Immer nur über 600 Gramm. Genau 600 Gramm ist auf jeden Fall möglich. Ich weiß gar nicht, was war heute für die Platzierung. Ah hier, Asmod gewonnen. Glückwunsch an dich, mein Freund. Der hat auch mal fleißig E-Mails geschrieben, weil ich ja in den letzten Video dazu aufgerufen hatte, E-Mails zu schreiben. Mit welchem Setup und so. Und welche Wetterbedingungen ihr da welche Platzierung belegt habt. Ähm, ja. Hat auf jeden Fall fleißig getan. Danke dafür nochmal. Also Ziel, 600 Gramm Maifisch zu fangen. Und das Wichtige ist, dass man nur Monoschnüre benutzt. Ja. Also wer da jetzt irgendwie eine Fluro drauf hat oder eine geflochtene, dessen Fische werden nicht zählen. Die Fische müssen nicht behalten werden. Das aber nur am Rande. Ihr könnt hier also reinwerfen. Und das Sekundärziel bei Punktgleichstand ist dann der größte amerikanische Maifisch. Das könnte interessant werden, wenn wir gleich zum Setup kommen. Preisgeld hier gar nicht mal so knapp. Hier 3200, wenn der Ding gewinnt, ist schon nicht schlecht. 2100 für den zweiten, 1050 für den dritten. Das lohnt sich schon fast. Das ist von heute eigentlich. Ja, ne? Dienstag, Donnerstag. Ja. Heute war es tatsächlich bei Wolke. Und mittlerem Luftdruck, also niedrig ist der nicht. Das ist jetzt hier, der Kolben ist ausgefüllt. Das ist eigentlich mittel. Wenn niedrig ist, dann ist der Kolben hier unten irgendwo, beziehungsweise leer. Und hoher Luftdruck dann entsprechend da oben. Die 3 Punkte gibt. Also heute war hier Wind aus Osten. 24 Grad mittlerer Luftdruck. Werde ich jetzt hier nicht nachstellen können, aber ich werde einfach gleich mein Setup kurz raushauen. Und das sehen wir schon hier, wenn wir auf unsere Tasche klicken. Das ist es nämlich schon. Ich angle tatsächlich mit der Cesar 700 SE. Das ist die DLC-Router. Wir können auch die normale Cesar 700 nehmen. Oder halt irgendeine andere Posenrouter. Ja, ist ja vollkommen euch überlassen. Ähm, dazu die Calisto MG 3000 Sport. Auch die aus dem DLC. Aber alles, was ich hier in DLC-Form habe, gibt es natürlich auch in Normalform im Shop zu kaufen. Dazu die Mono 0,25. Ich weiß gar nicht, was sie trägt. Habe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Doch, habe jetzt sogar noch. 3,6 Kilo. Also für den 600 Gramm Fisch schon ein bisschen Hardcore. Aber Zeit ist natürlich auch Geld. Ne, wir wollen jetzt hier keine langen Drills oder so. Deshalb einfach raus mit dem Fisch. Und... Je schneller das geht, umso besser ist es natürlich. Also habe ich mich mit der Schnur ein bisschen an dem restlichen Equipment orientiert. Ja, 4,5 Kilo, 4 Kilo und 3,6 die Schnur dann dementsprechend. Haken. Haben wir tatsächlich den 10er-Haken. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass wir natürlich die kleinen Fische fangen wollen. Ja, wie gesagt, ich glaube, 600 ist das unterste Limit von den Mai-Fischen tatsächlich. Wenn ich mich täusche, dann korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Aber ist auf jeden Fall sehr weit unten, sag ich mal. Ja, die gehen bis 1200, 1300 Gramm oder sowas mit dem Dreh. Und... Da ist 600 Gramm auf jeden Fall deutlich unten. Deshalb den kleinsten Haken, den man hier tatsächlich kaufen kann. Wenn sie das nicht mittlerweile gepatcht haben. Aber ich glaube, es ist der kleinste Haken, den es aktuell gibt. Und damit wollen wir die natürlich fangen. Weil wir damit dann... Die untere Spanne tatsächlich der Fische fangen. Ja, sie wird... Ich glaube, 1,2 Kilo Fisch mit einem 10er-Haken ist mega selten. Wenn überhaupt möglich. Ich weiß es gar nicht. Ähm, also so Kilo Fische kann man damit schon fangen. Kommt aber auch ein bisschen auf den Köder an. Denn, der Köder ist entscheidend. Ihr könnt zum einen die Garnelen benutzen. Die benutze ich eigentlich so gut wie immer. Also, fast ausschließlich, würde ich sagen. Ab und zu wechsle ich den mal. Aber dazu kommen wir gleich. Denn mit den Garnelen fängt man halt selektiv Maifisch. Ja, man fängt nichts anderes. Kein Beifang. Kein gar nichts. Ich glaube, vielleicht sogar noch den Barsch eventuell als Beifang. Aber in den Spots, wo ich angle, habe ich noch nie einen Barsch gefangen. Ähm, deshalb... Ist das eigentlich relativ gut. Den zu benutzen. Weil man damit einfach die Maifische zieht, ja. Dann könnt ihr noch nehmen. Tatsächlich den Blutköder könnt ihr benutzen. Ich glaube, da hält sich der Beifang auch in Grenzen aus. Kommt halt in den Bereich, wo ihr dann Rot- oder Sonnenfische fangen könnt. Also, wenn ihr ein bisschen vor dem Spot, den wir gleich sehen werden, angelt, dann könnte es passieren, dass ihr denen noch Beifang habt. Aber sonst eigentlich nix. Ähm, ähm. Spawn-Sack geht auch. Lachseier geht. Damit könnt ihr die, glaube ich, auch selektiv fangen. Und, und, und. Mückenlarven gehen auch. Regenwurm geht auch. Also, das sind halt dann die Dinger, wo ihr dann auf jeden Fall viel Beifang habt. Aber mit Mückenlarven habe ich zum Beispiel auch relativ kleine Fische gefangen. Ähm. Ich glaube auch irgendwie ganz knapp über 600 habe ich mit Mückenlarven mal gezogen. Aber der Beifang war einfach zu krass damit. Deshalb habe ich dann umgestellt. Auf die Garnelen hauptsächlich. Und das Ganze 80 Zentimeter tief. Ja. Ihr könnt auch 50 Zentimeter nehmen oder sowas. Also, da seid ihr ein bisschen, es hat euch überlassen, die beißen schon in so einem Rahmen von, keine Ahnung, lasst mich lügen, äh, roundabout 40 bis, was weiß ich, 1,30 oder so. Keine Ahnung. Ähm. Ich aggne meistens bei 80 Zentimeter, weil da einfach die Fische beißen. Und deshalb verstelle ich da nicht zu viel. Es sei denn, es kommt keine Wisse. Da muss man natürlich anfangen rumzuspielen und rumzuexperimentieren. So, aber wir wollen jetzt erstmal die Spots angucken. Dazu gehen wir einfach mal hier in den Spot, wo auch die einzigartigen Rotohrsonnenfische tatsächlich zu fangen sind. Denn da wollen wir natürlich hin. Und dann machen wir kurz den Chat aus. Dann stellen wir uns hier auf die Felsen. Nehmen kurz unsere Route in die Hand, die glaube ich auf der 4 war. Das ist nicht die Lüge. Ja. Stellen einmal kurz die Zeit vor. Auf 17 Uhr sind glaube ich die Turniere. Ich glaube die sind von 17 bis 19 Uhr. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber irgendwann abends. Und dann versuchen wir einfach mal Fische zu fangen. Das heißt, wir drücken einmal F11, damit wir mit der Route auswerfen können. Breite Pose ist noch wichtig. Ich könnte auch die Orwale nehmen. Mit Orwalen kommt die glaube ich auch so an die 20 Meter. Oder 21 sogar. Das ist nämlich wichtig, weil so weit müssen wir kommen. Und dann sind wir hier die Spiegelung von dem Felsen. Ja. Hier zack. Zack. Die macht hier so eine Kurve. Und ich werfe einfach immer genau hier so in den Spiegelungsbereich rein. Meistens nach links, weil die Pose eh nach rechts abgetrieben wird durch die Strömung. Und dann irgendwas 20 bis 25 Meter oder sowas um den Dreh. Ja. Zum Beispiel 24. Und da sollten wir dann gleich auch schon ein Maifisch an Land ziehen. Da geht es schon los. Ja. Die Pose zappelt auf Garnele. Das ist ein sicheres Indiz für den ersten Maifisch, der sich da anmeldet. Müssen wir natürlich auch hoffen, dass der dann auch abziehen möchte. Aber es tut mir den Gefallen nicht. Vielleicht ist er schon wieder weg. Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall kurz meiner da, der Hallo gesagt hat. Wir werden schon noch empfangen. Keine Panik. Nehmen wir halt den nächsten. Aber das sind auf jeden Fall die Maifische zu Hause. Wir gucken uns gleich auch noch einen anderen Spot an. Falls bei dem hier nichts läuft, dann könnt ihr durchaus mal den Spot wechseln. Aber erstmal versuchen wir hier jetzt einen zu fangen. Wenn sie denn wollen. Dann wäre ich denen schon sehr dankbar. Kommt meine kleinen Maifische. Wenn es so im Turnier läuft. Dann hat man nicht mal verloren bei dem Turnier tatsächlich. Weil das Gute ist halt, dass man hier nicht so viel auf Masse fangen muss. Da ist das 1x1 Turnier in North Carolina. Das sind wir jetzt gerade. In Colorado. In Colorado mit den kleinen Fischen, wo man am anderen fangen muss. Viel, viel anstrengender. Von der Konzentration her. Wenn man da wirklich aufpassen muss. Aber wenn man das einmal raus hat, dann kann man da immer eine relativ gute Platzierung raushauen. Ich bin da glaube ich locker immer Top 10 gewesen, wenn ich da mitgemacht habe. Also da hat man immer seine, was weiß ich, da zieht der erste Maifisch ab. Seine 35 plus Fische hat man auf jeden Fall immer locker safe. Und hier haben wir den ersten Maifisch und der wiegt. Okay, ich habe keine Lizenz. Aber da sehen wir es schon. 645 Gramm. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ja, für 600 Gramm was benötigt gewesen wäre. Wenn man bedenkt, dass die bis 1,2 Kilo hochgehen. Ist das schon okay. Ja, also für den ersten auf jeden Fall. Damit wären wir schon mal gut dabei. Irgendwo, ich sag mal, oberes Drittel. Also gewinnen wir damit nicht. Aber für den ersten ganz okay. Ich werde mal schnell eine Lizenz kaufen. Denn sonst können wir hier keine Fische fangen. Sonst müssen wir gleich Strafe zahlen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ne, da komme ich erstmal schwarzbarschig. Idiot, die brauchen wir schon mal gar nicht. So, aber nochmal gesehen. Da war der Maifisch. Fangen wir einfach nochmal ein. Und gucken wir uns nochmal an, wie groß der dann wird. Aber normalerweise fängt man die so in dem 700, 800 Gramm Bereich, sag ich mal. Wobei beim letzten Turnier, als ich hier mitgemacht habe, da war es schon so, dass ich da relativ viele mit 630, 632, 640, ja, das habe ich schon da rausbekommen. Und da kommt auch schon der Nächster, der sich da anmeldet. Ja, und auch der zieht ab. Aber wenn die Bremse geht, ist es meistens ein großer. Aber gucken wir uns den mal an. Vielleicht haben wir hier nochmal einen kleinen. Er bückt sich auf jeden Fall nicht. Also haben wir so einen 800er, ja, 840. Bringt der auf die Waage, packen wir ebenfalls ein. So, aber da sehen wir schon, Maifische sind gar nicht so schwer zu fangen. Viele waren am Anfang echt verzweifelt. Ich glaube mittlerweile wissen jetzt auch alle, wo jetzt die Maifische sind. Aber am Anfang wusste halt keiner, wo die Maifische sind, weil die einfach nie gefangen wurden hier, ja. Ein Video habe ich dazu auch nicht gemacht. So sind es wahrscheinlich noch mehr alle verzweifelt. Und mussten dann dementsprechend erstmal selber die Spots finden. Ich glaube, hier stehen die auch tatsächlich irgendwo. Aber ich bin mir nicht mehr so sicher, wo das war. Ich habe das nur mal irgendwo gesehen gehabt, dass die da irgendwo stehen. Aber kann ich euch nicht genau sagen. Müsst ihr mal selber ausprobieren. Und dann gehen wir hier auf jeden Fall auf die andere Seite und gucken mal, ob wir da auch Maifisch fangen können. Ja, erstmal muss man natürlich auch auf Angeln gehen klicken, denn sonst wird das nichts. Also ihr könnt natürlich dann von hier angeln, weil das ist quasi... Ja, ihr steht normalerweise vorne auf den Stein. Das könnt ihr quasi hier so hinwerfen. Ich habe tatsächlich versucht, die hier zu stippen. Aber irgendwie klappt das nicht. Ja, also mit F11. Das wäre natürlich noch optimaler gewesen, wenn ich hier tatsächlich in den Bereich gekommen wäre. Aber ich finde den halt nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier noch weiter hätte laufen müssen. Aber hier wäre ich halt vom Busch geblockt. Wenn ich halt hier so einfach auswerfen könnte und hier die Maifische ziehen würde, ja. Das wäre vom Zeitaufwand viel, viel, viel besser, als wenn ich den jetzt mal auswerfen muss, drillen muss, auswerfen muss, drillen muss. Da könnte man dann halt schon ein paar mehr Maifische in der Zeit fangen. Aber wie gesagt, ich habe es bis jetzt nicht geschafft, hier einen zu überlisten. Jetzt sieht das hier gerade auch so aus, als wenn da nichts passiert. Ich muss mal ein bisschen rumprobieren. Eventuell findet man den Spot irgendwie. Aber vielleicht ist es einfach ein bisschen weiter draußen. Oder ein bisschen weiter nach rechts. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich bin hier einfach schon... Ja, wobei zu weit hinten auch wieder nicht. Weil wenn ich den Köder treiben lasse, dann kommen da auch noch Bisse. Also normalerweise müssten die hier echt sein. Aber ich habe es echt nicht geschafft bis jetzt. Ja, das sind halt so Sachen. Da muss man im Turnier dann immer gucken, was dann halt auch zeiteffektiver ist. Das ist ein wichtiger Faktor. Vor allem bei den Turnieren, die dann wirklich auf Masse gehen. Wie eben das kleine Turnier mit den kleinen Fischen. Ich glaube, das werden wir als nächstes dann auch mal kurz machen. Da zeige ich jetzt mal kurz meine Taktik. Auch wenn ich dann wahrscheinlich arge Konkurrenz bekommen werde, um meinen sicheren Top-10-Platz. Aber ist mir egal. Darum geht es mir ja nicht. Wobei, ich könnte auch von hier angeln, ne? Was schaffe ich denn jetzt so hoch? Guck mal, das sieht eigentlich gut aus. Aber vielleicht bin ich nicht weit genug draußen. Vielleicht muss ich echt die 2-3 Meter mehr raus oder so. Ich habe keine Ahnung, warum hier keine Maifische sind. Das sieht echt so aus, als wenn das hier einfach derselbe Spot wäre. Vor allem ist das hier vor der Felswand. Ich wäre vor die Spiegelung von der Felswand. Also so falsch kann das hier nicht sein. Aber ich weiß echt nicht, warum es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, können wir am Ende nochmal ein bisschen rumprobieren. Ich werde euch jetzt erstmal den Spot tatsächlich zeigen, ja? Ihr könnt den tatsächlich auch von da hinten anwerfen. Hätte ich euch vielleicht erstmal zeigen sollen. Aber das ist sowieso blöd. Wir werfen nämlich von hier an. Warte mal, ich könnte auch von hier angeln, oder? Ne, ich komme hier nicht nah genug ran. Shit. Ah, die scheiß Büsche hier. Ich könnte tatsächlich von hier angeln, aber... Wird mir nichts bringen. Weil ich mit dem Stipp nicht so weit auskomme. Mit dem Auswerfen könnte ich von da angeln, aber mit dem Stippen leider nicht. Dann gehen wir halt hier zum Baumstamm. Ja, hier ist natürlich unser normaler Hecht... Äh, Weltspot, sag ich schon. Nicht Hechtspot, sondern Weltspot. Also da vorne die Baumstämme, die kennen wir ja vom anderen gegenüberliegenden Ufer. Da können wir auch gut Trapeze fahren, auch von hier. Und dann gucken wir einfach nach da hinten. Und unsere Route raus. Wo ist die jetzt hin? Komm, Route. Da ist meine Pose, eine Luft. Die wollen wir natürlich nicht. Drücken wir da F11, dann ziehen wir da auf die Steine da hinten. Und hauen das Ding einfach mal so bis zum Fastanschlag raus. Dann sind wir bei 29, 28 Meter ungefähr. Hoffe ich jetzt mal 28 tatsächlich. Boah, Punktlandung. Punktlandung. Und dann, da, zuppelt jetzt schon. Auch da auf jeden Fall ein MyFish-Spot. Ja. Wobei, da könnte es tatsächlich Barsche gehen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber im Turnier habe ich da auf jeden Fall auch noch nie einen Barsch gefangen. Sondern immer nur MyFische. Also wenn es bei dem anderen Spot nicht lief, dann hier rüber. Und dann hat man es halt hier gezogen. Ja, aber man muss da aufpassen. Ich glaube, wenn man so über 25 Meter muss man auf jeden Fall. Bei 24 Meter habe ich noch nie irgendeinen Zupfer bekommen. Beim Einkubbeln komischerweise schon. Ja, wenn du einkubbelst und dann, ähm, der Fisch da spawnt, da kommt dann einmal so ein kurzer Leck. Und da habe ich dann so auf, weiß ich nicht, so 16, 17, 18 Meter. Kriegst du dann einmal so ein Leck. Aber wenn du da hinwirfst, beißt er nichts. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber der MyFish hängt am Haken. Den können wir jetzt hier schön rausziehen. Und dann sehen wir, dass wir da auch einen gefangen haben. Gucken wir mal noch, wie groß der ist. Ist auf jeden Fall unter 1 Kilo, weil er sich sonst bücken würde. 747. Auch nicht so schlecht, aber wäre im Turnier auch eigentlich fast unbrauchbar. So. Das also zu den beiden Hauptspots. Ja. Mehr ist halt gar nicht im Turnier. Mehr mache ich auch nicht. Ist halt, das Turnier ist halt schon relativ viel Glückssache. Ja, klar, man kann jetzt irgendwie gucken, dass man wirklich an die kleinen Fische fängt. Ähm, aber. Und jetzt nicht mehr, wie es 100 hier ist. Aber man braucht halt trotzdem noch das Glück, dass die dann auch beißen. Ja. Ist halt so. Und selbst wenn man dann so ein 600. Ja, da kommt es halt wirklich manchmal auf Gramm an. Ja, manchmal sind die dann oben so eng zusammen. Da haben die dann 601, 602, 602, 602, 602. 603, 604. Ah, da brauchst du einfach Glück. Also Glück gehört bei dem Turnier auf jeden Fall dazu. Bei den anderen natürlich auch, aber hier schon extrem. Gerade wo du dann so punktgenaue Fische fangen musst, ist immer ein bisschen Glückssache. Mit dabei. Anders als bei manch am anderen Turnier. Denn da stehen immer dieselben Entnahmen um. Zum Beispiel bei einem kleinen Fischturnier ist immer, ich weiß gar nicht, wer der heute gewonnen hat. Und ich habe, glaube ich, die letzten zwei Tage keine Turniere gespielt, weil ich einfach keine Lust hatte. Wird schon mal eine Zeit für was Neues, ja. Aber da war auch immer der, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Hun, Oliver oder sowas. Ich war da immer an eins. Immer wenn ich da reingeguckt habe. Und der hat auf jeden Fall halt da sein System entwickelt, was für ihn läuft, ja. Und deshalb, warum soll man da was ändern, ja. Wenn es läuft, dann läuft es. Aber das Turnier ist eigentlich nicht so schwer. Also das Kleinfischturnier, wo man halt die Masse fangen muss. Da ist eigentlich eine gute Platzierung. Immer möglich, wenn man das ordentlich anstellt. Aber hier kriegst du einfach keinen Meifisch dran, ne. Ich weiß echt nicht, wo die hier sein sollen. Keine Ahnung. Das muss ja eigentlich der Spot sein, aber von der Seite beißen die nicht. Ich gucke mir das jetzt von der anderen Seite nochmal an, ja. Es ist immer ein bisschen schwer, das abzuschätzen, wie weit man tatsächlich, das täuscht einfach manchmal. Dass man da denkt, ja, das müsste passen, aber irgendwie passt das dann doch nicht. Guck mal da, ja. Da stehe ich, neben dem Busch. Direkt neben dem Busch. Und ich werfe jetzt einfach da hin. Aber vor allem, ich habe ja manchmal da auch noch ein bisschen. Ja, hier, wo meine Routenspitze jetzt ist. Da muss man, ich glaube, man unterschätzt das echt. Man kann auf jeden Fall auch hier rüberwerfen. Ich glaube so 31, 32 Meter oder so. Ich weiß es gar nicht. Ich hau einfach mal voll raus. Da müsste man ungefähr, das sieht halt ein bisschen behindert aus, weil da ungefähr, glaube ich, an demselben Spot, wo wir gerade geangelt haben. Ähm, aber man sieht halt nichts. Ja, deshalb angle ich da nicht gerne. Weil man halt wenig sieht. Das geht bei dem Hechtturnier auch mal. Man kann auch durch die Büsche angeln. Das werde ich dann auch nochmal zeigen, wenn wir da beim Hechtturnier ankommen. Ähm, von wo ich da einmal angle, weil da angle ich nicht vom Steg aus. Sondern auch durch die Büsche. Aber da sieht man halt genauso viel. Und deshalb weiß man halt nie so genau, wo jetzt die Pose ist und aber guck mal da. Ich glaube, da war sogar schon ein Fisch dran, oder? Oder ist das einfach nur? Ah, guck mal. Köhler wurde zweit weggezogen. Fisch ist weg. Also, Fische sind tatsächlich auch da vorhanden. Aber mir gefällt das nicht so gut. Da über einen Baum schon drüber. Aber wenn man nicht den Spot wechseln will, dann kann man das durchaus machen. Aber das kann doch nicht sein, dass ich von hier keine Fische fange. Ich stehe hier genau neben dem Busch. Das heißt, ich müsste es eigentlich nur da rauswerfen. Wahrscheinlich muss ich einfach weiterwerfen. Aber so viel weiter war ich doch auch nicht. Kommt, ich bin 13 Meter hier. Da muss doch irgendwann ein Fisch dabei sein. Oder etwa nicht. Ne. Da tut sie nichts. Da tut sie nichts. Da muss ich nochmal rausprobieren. Da kann ich sagen, ich hab die schon so lange rumprobiert. Aber von der Seite wollen die. Ich weiß nicht, woran es liegt. Anscheinend daran, dass ich den Spot nicht richtig lokalisieren kann, aber keine Ahnung. Ich hab hier schon überall hingeworfen. wenn ich tatsächlich weiter nach rechts werfe, dann klappt das. Aber das kann nicht die Lösung sein. Weil ich glaube, dann ist das schon eher der Spot, wo wir von der anderen Seite dann angeln. Also von, ne, wenn wir jetzt hier rechts weiterlaufen und dann nach links da werfen. Ähm, da kann man hier schon in die, in die Region dann eher rein. Aber hier müsste eigentlich der Spot sein, wo wir die gerade auch gezogen haben. vom ersten Spot aus. Aber da ist nix. Da ist nix. Aber ist egal. Das soll es gewesen sein vom Video. Ähm, so angle ich also auf die Maifische und hier stehen die Maifische an den beiden Spots. Ich glaube, an dem dritten, den ich euch gezeigt habe, auch noch. Aber da bin ich mir nicht sicher. Da müssen wir ein bisschen rumprobieren. Und, wie gesagt, wenn es im Turnier mal nicht so läuft, dann wechselt einfach kurz mal den Spot. Guckt, ob es beim anderen läuft oder spielt ein bisschen mit der Tiefe rum. Und, dann wünsche ich viel Glück bei eurer nächsten Teilnahme hier. Vielleicht hilfst dem einen oder anderen ein bisschen besser in den Ergebnissen sich zu platzieren. Und, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, Petri Heil, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.